WRECKS WRECKS Heute spiele ich meinen schlimmsten Ernstfeind. Glutenhaltiges Brot. Und dieses Brot ist noch schlimmer. Es könnte mir theoretisch direkt in den Arsch kriechen. Direkt zum Dünndarm, wo dann meine Allergie losgeht und ich sterbe. Aber ich steuer das Brot, also werde ich mir selber nicht in den Arsch kriechen, weil das macht keinen Sinn. Okay, ich... Was mache ich hier? What the fuck? Ich habe die Butter kaputt gemacht. Äh, lips. Äh, lips. Wow, das ist Kinderbrot, Alter, das mag ich. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, aber da hinten ist Toaster, der toastet. Also werde ich einfach mal hingehen und mich toasten. Versuche ich mal hier hochzuklettern. So, und... Oh, das klappt ja, das klappt ja. Komm schon, komm schon. Nein, nein, nicht da, da... Nein, 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 ah. Das passiert, wenn ich runterfalle. Nein, ich sterbe. Nein, nein, ah, ah. Oh, oh. Ein Glück. Ich bin auch so 57% genießbar. Whoops. Äh. 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 Gott, wenn Marty das hört. Waaah. Wuhuuu. Pfff. Oh Gott, das Spiel ist ja in Pore... Spannung. Alter. Ich dachte nicht, dass es so... So komplex ist. Ich dachte, ich bin aber nur ein Brot. Warum werde ich ungenießbar? Was, was passiert hier? Äh. Nein, nein. Ach, da sind... Ach, da sind Insekten. Äh. Nein, 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 weg, 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 weg. Äh. Schiit. Äh. Äh. Komm schon irgendwie da ran. Wuhu? Nicht da runter. Okay, ich darf jetzt nicht in die falsche Richtung fallen. Also, scheiße. Ah. Nein, 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 nein. Fuck. 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 Was mach ich denn da? Stuhl, geh weg. Geh weg, Stuhl. Scheiße. Nein. Suicide. Wow. Wow. Ich wollte das holen. Okay, ich mache hier aber gerade voll Action. Was für den Fick mache ich? Ah, nein. Alter, weiße. Okay, das sieht schon mal besser aus. Ja. Jetzt bin ich unbesiegbar? Das bringt mir doch gar nichts. Ich meine, ich muss da eh oben lang klettern. No, nicht aufgehen, du scheiß Kühlschrank. Ja, so ist besser. Ah, jetzt geht der Tiefkühl auf. Toll. Jetzt bin ich wieder hier. Los, weg. Geh zu, geh zu. Ja, 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 ja. Und. Nein. Die typischen Geräusche, die man beim Toasten macht. Okay. Jetzt muss ich nur noch reinkommen. Ich wollte mich so oben ranhängen, damit ich dann reinfalle. Aber dieses scheiß Brot hört nicht auf, rum zu wackeln. Ja, 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 ich hab's geschafft. Ich sterbe. Yeah. Tot. Hm. So, jetzt sind wir im Wohnzimmer. Die große Frage ist nur, wo ist der Toaster? Wie soll ich mich denn ohne Toast toasten? Toaster toasten? Ich bin jetzt, also, irgendwie hab ich das Gefühl, dass dieses Ding hier hinten das Einzige ist, was mich toasten könnte. Und dazu muss ich einmal hier langlaufen. So, einmal so im Kreis. Und das ist eh der einzige Weg, den ich gehen kann. Also, let's go. Jetzt bin ich jetzt ein actionreicher Sprung. Ah, nicht. Ah, es ist schmach. Oh, perfekt. Nein, 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 nein. Ah, scheiße. Fuck. Anscheinend erscheint dieses komische Ding da, wenn man verkackt. Äh, apropos verkackt. Das ist scheiße. Und wieder Sprung. Wow. Das ging gut. Wuh. Jenga, fall um. Jenga, fall um. Wow. Und noch einen greifen. Wuhu. Yeah. Ich hau ja alles kaputt und es stickt immer noch, Alter. Ich bin mit dem... Ah, fuck, fuck. Nein. Nein. Ich sollte mich vielleicht aufs Dings konzentrieren. Scheiß drauf. Cheaten. So. Das Ding ist anscheinend gar nicht richtig. Dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hin muss. Hä? Nein. Nichts. Probieren wir mal, die Bowlingkugel in den Fernseher reinzuschmeißen. Einen Elektroschock-Dings-Scheiße dazu machen. Und dann brennt alles und dann werde ich getoastet. Hä? Los, ich zieh dich runter, Kugel. Ja. Wow. Ja. Toaste, toaste, toaste. Oh yeah. Oh yeah. Fertig. In der Tat, ein lustiges Spiel. Ich glaube, das könnte ich nochmal spielen. Wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann nicht, dann schreibt einfach, fick dich, Rick, in die Kommentare. Und dann ficke ich mich. Und was habt ihr dann davon? Ne? Ja.